Eine Frage, die wir immer wieder hören, ist, könnt ihr das Mandat so abwickeln, dass mein Partner, meine Partnerin davon nichts mitbekommt? Das ist natürlich für uns kein Problem. Wir kennen die Sorgen und Nöte unserer Mandanten. Wir können natürlich ausschließlich über eine bestimmte E-Mail mit Ihnen kommunizieren und das so gestalten, dass wir Sie zum Beispiel nicht anschreiben, nicht anrufen über eine Nummer, wenn Sie das möchten. Das müssen Sie uns bloß mitteilen und wir nehmen dann zu den Zeiten über den Kontaktweg mit Ihnen Kontakt auf, den Sie uns genannt haben. Auch diese Frage ist nur eine Frage von vielen. Wenn ihr mehr Fragen habt, dann setzt euch einfach über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung. In einem individuellen Gespräch können wir euch jede Frage beantworten. Holt euch euer Geld zurück, handelt jetzt, wir helfen euch.